Hallo, mein Name ist Serkan Batu. Ich komme aus Deutschland und ich hatte Probleme mit meinen Säden und habe mich diesbezüglich in der Türkei informiert. Was kann man da machen? Welche Möglichkeiten gibt es hier? Und dann über die Suchmaschinen etwas eingegeben und mir kam direkt als Vorschlag die Dentoma-Klinik in Istanbul. Ich habe mich gleich mit den mit den Leuten hier in Verbindung gesetzt. Alles wäre super, alles sehr reibungslos verlaufen. Man hat mir gleich erklärt, was genau bei mir gemacht wird. Ich habe natürlich gleich erzählt, was für Probleme ich habe. Ich war sehr unzufrieden mit meinen Säden, mit der Farbe und mit dem Muster und es war nicht sehr schön. Und die haben mir gleich einen Bearbeitungsplan aufgestellt, was genau bei mir gemacht wird, was genau ich machen werde und die Leute hier machen werden. Und ja, es wurde dann gleich ein Flug gebucht hierher und Hotel, alles war mit inklusive drin. Wir haben mich sehr herzlich empfangen hier, muss ich sagen. Es war alles sehr, sehr super, sehr freundlich. Das ganze Team, der Kameramann, das ganze Personal, der Doktor haben sich sehr, sehr um mich bemüht, haben mir detailliert erklärt, was genau gemacht wird, was genau passiert. Und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Dann kann ich jedem nur ans Herz legen, der den Wunsch hegt, das auch zu machen. Und für mich war das eine super Erfahrung. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das tue ich jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020